Ich kann in diesem Game nicht treffen, ne? Ich kann dieses Game auch echt nicht. Boah, diese Bots gehen mir so auf den Sack, ne? Halt deine Fresse, oder ich exekutiere dich. Partie, Partou. Partie, Partie, Partou. Und jetzt die Schikane! Partie, Partou! Willkommen zu Counter-Strike Condition Zero. Achso, nee, wir machen... Ach doch. Das wird mein Name. Eine einfache Mission. Dust. Also, für die, die es nicht wissen, der ist loyal, das ist schon mal gut. Ach, ich hab Punkte. Ja, interessiert mich schon eigentlich. Ähm, das ist praktisch CS 1.6. Singleplayer Mission. Ähm, ich hab auch schon mal CS 1.6 aufgenommen, aber da hatte die Aufnahme keinen Bock. Und vor allem CS 1.6, du kannst wirklich... Du kannst nicht mal Bots reinnehmen. Hier hast du wenigstens Bots. Du hast ne andere Knife-Animation. Vom Design her... Will ich jetzt mal sagen, ist das... Old Dust. Also, der Vorgänger von Dust2, Dust1 hat. Doppeltür. Seite. Ich kann den Bombenleger sehen. Halt's Maul. Äh, ich komm noch nicht so ganz damit klar, wie man die Waffen hier auswählt in älteren CS-Versionen. Mein Team hat gewonnen, okay. Es ist so E-Rape, diese... Wenn ich so hohe Frequenzen haben will, dann kann ich mir auch einfach Skrillex anhören. Kann in diesem Game nicht treffen, ne? Kann dieses Game auch echt nicht. Wir geben Ihnen Deckung, wenn Sie die Bomben schärfen. Ja, jetzt schaff ich das auch nicht mehr, du Vollidiot. Obwohl ich weiß es halt nicht mehr. Ja, ich glaub ich schaff's nicht, oder? Diese Animation sind hier mal anders behindert. Weiter, komm. Boah, diese Bots gehen mir so auf den Sack, ne? Kann der für so dreijährige Kinder genommen, die das da reinsprechen. Bot, komm mal. Alter, was ist denn das für ein Scherz? Halt deine Fresse, oder ich exekutiere dich. Ähm. So, du Missgeburt... Okay, der wird umgebracht. Oh, jetzt wird der Typ... Jetzt werden die Typen alle beide umgebracht. Junge, wer... Was läuft denn da wie so ein Retard? Also, warum kann ich den Typen nicht umbringen? Gehen Sie voraus. Achso, ich soll wieder als Erster draufgehen, du Missgeburt. Ich mach mich mal aus dem Weg. Du darfst dir bitte verreiken, danke. Merkt man eigentlich, wie lustig ich gerade bin? Ich bin hier. Du wirst ja auch sterben, wenn du mir weiter auf den Sack gehst. Ähm. Lol. Ey, ist das ein... Die stehen erstmal gegenüber uns. 20 Minuten lang an, oder? Ja gut, wenn das hier so aussieht, dann kann ich auch wieder auf die alte Version zurückgehen. Mit dem... Ein Pixel, mal einen halben Pixel, so gefühlt. Feelo. Boah, würde ich den gerne erschießen. Mir fällt gerade auf, dass ich bis jetzt, äh, meine Musik im Hintergrund noch anhatte. Äh, dann habt ihr eine Erklärung, warum die Hintergrundmusik wahrscheinlich für den Moment eben etwas lauter gewesen sein wird. Boah, ich krieg gleich Tinnitus, wenn ich das noch 5 Minuten mache. Office geb ich mir nicht, weil da hacken die Boots wahrscheinlich alle. Dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch unheimlich gerne ein Like kommen. Ja, bitte sehr. Bis dahin. Minster Winster Man 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 Vielen Dank.